Die Firmen, die zurzeit ihr 20- oder 25-Jähriges bestehen, auch in unserem Landkreis feiern, lassen sich kaum noch zählen. Wenn ein Unternehmen dagegen auf 70 Jahre Geschichte zurückblickt, ist dies schon ein besonderes Ereignis. In der Lutherstadt Eisleben hatte EWS die Schuhfabrik am 21. August zu diesem Jubiläum eingeladen. Geschäftspartner, Freunde, Kollegen sowie zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren dieser Einladung gefolgt, um EWS, einem der fünf führenden europäischen Hersteller, im Spezialsicherheitsschuhbereich zu gratulieren und ihre Anerkennung auszudrücken. Jörg Schlichting, Geschäftsführer der EWS Schuhfabrik, ging dann in seiner Rede besonders auf die Bedeutung des Slogan Made in Germany ein. In meinem Einladungsschreiben habe ich das Motto EWS Made in Lutherstadt Eisleben. Wir sind jetzt 70 Jahre und waren noch nie so jung wie heute gewählt. Um bewusst auch in der uns heute umgebenden schnelllebigen und globalisierten Welt Akzente zu setzen und die Botschaft zu verkündigen, seht her, hier gibt es ein Traditionsunternehmen, das sich auf die Produktion hochwertiger Sicherheitsschuhe mit dem Produktionsstandort Deutschland spezialisiert hat und welches wirtschaftlich robust dasteht. 70 Jahre zeugen von einer Firmengeschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Über Jahrzehnte eine Firma unter wechselnden politischen und wirtschaftlichen Verneidnissen am Markt zu halten, ist eine große Herausforderung. Natürlich wollten hochrangige Gäste gern einige Grußworte aussprechen, was nach der umfassenden Rede von Inhaber Jörg Schlichting nicht einfach war. Jens Bullerjan, Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, gab zum Ausdruck, wie wichtig es 2005 war, der Firma nach Insolvenz den Neustart unter Leitung von Jörg Schlichting zu ermöglichen. Und auch die Landrätin, Frau Dr. Angelika Klein, hatte ein paar kurze Grußworte vorbereitet. Es wird immer wieder gesagt, die EWS hat eine Nische besetzt. Das stimmt sicherlich einerseits, aber ich glaube andererseits nicht. Denn es ist ja keine Nische, in der irgendwelche exotischen Bedürfnisse befriedigt werden. Oder dass man erst mal Bedürfnisse weckt, um sie dann zu befriedigen. Sondern ich glaube, die Produkte, die hier geschaffen werden, sei es nun für die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Forst oder die Industrie, garantieren doch einen Grundanspruch an Sicherheit für diejenigen, die in diesen Bereichen arbeiten. Und warum sollte man das eigentlich als Nische bezeichnen? Es ist wichtig, es ist notwendig und es schafft Sicherheit. Und das finde ich einfach gut. Oberbürgermeisterin Jutta Fischer überbrachte die Glückwünsche der Lutherstadt gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr. Sie würdigte den EWS-Chef als jemanden, der sich mit viel Engagement für die Lutherstadt und die Region einsetzt, obwohl er doch im Burg sein Zuhause hat. So ernannte sie Jörg Schlichting zum symbolischen Fackelträger der Stadt. Dieses Engagement für die Region zeigte sich auch wenig später im wahrsten Sinn des Wortes. Jörg Schlichting hatte das Kulturwerk MSH eingeladen und die Theaterleute zeigten den anwesenden Gästen einen Ausschnitt aus der aktuellen Inszenierung Gottes Nah und Teufels Weib. Die Gäste konnten anschließend bei einem Rundgang durch die Fabrik hautnah die Fertigung eines Schuhs erleben. Dieses Angebot wurde gern angenommen, ist es doch nur selten möglich, Produktion mit laufenden Maschinen zu beobachten und dabei die Vielzahl der Arbeitsschritte zu bestaunen, die notwendig sind, damit aus zahlreichen Einzelteilen ein hochwertiger Sicherheitsschuh entsteht.